1 Vorsicht du wirst verweigert Pass auf ne der kommt gleich wieder Bei B-plotzen an die ne Oh man hinter dem Und da Der ist der dumm Schade Schade Nein Ich hab nur 1 gemacht Nein, wo ist die Bappe? Wo ist die? Da du, da du, da du Oh doch nicht, da du Oh Junge Vor dir ist irgendwo jeder rockt Wie ein Double Hit gemacht Du hast den entschärfer fallen gedacht Was macht ihr denn man? Hinter dir ne Digga, du brust den Druck Um zu gewinnen Lol Da kommt einer, pass auf Lol Ich will nicht draus gehen Oh 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 Hier bei mir sind Leute Guck mal in die Kamera bitte Jetzt guck mal raus Jetzt guck mal hinter dir Hinter dir Pack auf, warte ich guck mal auf ping Ich guck mal auf ping Hier auf Jetzt auf Ja genau Guck mal alter Gegner Alter Er macht mich erst auf dem Doppel Ace Er macht mich nicht auf dem Doppel Ace Er macht mich nicht auf dem Doppel Ace Wenn du einen Doppel Ace machst, ne? Drohne wurde eingesetzt Ficken Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht Nein, der ist wieder weggelaufen Jetzt kommt noch mit B wieder Ja Durch den Bin ich gespannt Doppel Ace Doppel Ace Doppel Digger, doppel Ah, kommt von Eingang Soh nek Blackbird ist da auch, hier Ein Gegner verbleibt Ich habe einen Sleeve-Gender, natürlich einer Auch nicht Oh toll, einer hat mir gefehlt Nein, nein, ach Gott Das war nicht so geplant Mann Ja, solltest du was schaffen Der eine hat Pumpe und der andere weiß ich nicht, wie der Gammelt Ein Gegner verbleibt Ich bin nicht so geplant Ich bin nicht so geplant Ich bin nicht so geplant Doch, mach mal Ist ja nur locker Ist ja nur locker Naja, entlang Das ist für eine Kontrollierte Zone betreten Sofort verlassen Na, bist du gestorben Ein Kill ich noch machen kann immer meine ICE마 statt so wieder zwei ging ein hat es diesmal auch die claim wieder da wo du gerade durchgeschossen hast und dann halt ganz nah an der wand in der ecke der hängt da in der ecke ich war in der ecke doch kommt doch bitte du weißt das jetzt noch auch leckst du warte lassen lassen und